Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Runde. Wir zocken random Super Soccer. Nee, ich muss erst mal meine Mannschaft wieder wählen. Ich glaube jetzt, versuche ich doch mal den Irland. Weil die Mannschaften darunter, die können doch eher alle nix. Es ist heute gar nicht 4-3-3. Egal. Wenn wir verlieren, ist das auch egal. Wir zocken hier eh just for fun alles. Nein! Noch mal aus reiner Interesse, wie die so im normalen Spiel abgehen. Ach du dumme Sau! Okay. Der Torwart hat ihn. Hey! Sau! Aber ich habe die Nummer 4 im Rücken. Nein! Da ist der Torwart. in schnellster Reaktion unterwegs. Die dumme Sau! Komm her! Ich gebe mal ab. Geht schneller! Das war zu nah! Und zu schlecht! Das war zu nah! Und zu schlecht! Also! Nein! Die dumme Sau! Auch! Jetzt riecht! Also! Das war ein. Sedrat. Das war ein. Das war ein. Moment, okay, an die Nummer 10, an die Nummer 9, scheiße, nein, wieder so ein unnötiges Foul, aber eine gelbe, ja klar, zu viele grünen da, schieß mal den Anfang mal weg, oh. Ab, du blockst. Weg, geh weg da. Nein, hau ab. Nein, schon wieder. Das gibt's doch nicht. Und da geht er natürlich nicht rein. Jetzt aber. Ich hatte die im Turnier nur knapp geschafft, weil die echt zu heftig sind. Und. Voll hat sie's nie geschafft. Ach du dumme Sau. Nummer 4. Vielleicht kann er wieder was reißen. Nein. Wie immer. Aber mit den hinteren Spielern ist es sowieso teilweise schwierig. Nee. Komm her, du Sau. So. Zum dritten Mal, ne. Zu viele Torchancen. Dann nutzt du nur noch eine. So. Jetzt kann ich mal die Aufstellung ändern. So. Jetzt kann ich mal die Aufstellung ändern. Definitiv einer der besten Themes in dem Spiel. Weg. Weg. Geh weg. Nein. Okay, Nummer 4 am Ball. Mach her ist durch. Das steht gut. Das ist sehr gut. Du dumme Sau Wieso dreht mein Daumen durch? Wahrscheinlich wie in dem Steuerkreuz hier Sorry für die Unterbrechungen gerade Und Andre, der hat mir in der Aufnahme auch zum Sieg verholfen mit dem 2 zu 0 Für damals Wenn die Irländer jetzt noch ein Tor reinballern, wäre es jetzt ok Nein Okay Okay Ich muss gerade ein bisschen konzentriert spielen hier Auch wenn das nichts Ernstes ist Schale Aber wenigstens Nummer 4 kann uns ein bisschen Zeit schenden hier Ach du dumme Sau Was? Was ist hier los? Eins muss ich jetzt noch reinballern können Hau ab So 45 Sekunden noch überleben Solange ich mit der Nummer 4 noch Zeit schenken kann Dann wäre es ok Aber er macht nur einen Dankeschön Jetzt ist ja kein Problem mehr Ja Das liegt in trockenen Tüchern Boah Boah Ja Toll So So Von Ost gerechnet die Nummer 3 Ne Ne Ich brauche einen in der Abwehr Ich nehme mal den Kurt dahin So Torwart ist mitgesprungen Wie immer Wie immer Aber 22 Sekunden Schaffe ich Oh Nein Oh 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 Ferner Jetzt fallen doch noch 2 Tore Warum nicht Feuer so Aber Irland ist echt eine harte Nuss Ok, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme, ich glaub ich mach erstmal kurz Pause. Meine Finger tun weh von dem Steuerkreuz hier, deswegen auch zweimal Pause. Bis gleich!